Der Bendy fängt jetzt lieber nicht an zu singen, weil es ist grausam, wenn der Bendy anfängt zu singen. Das ist ein sehr guter Stoßdämpfer, wie man es mitkriegt. Guten Abend. Oh ja, Tatsache. Guten Tag. Komm, behalte euch mal hier. Ich kann meine Pause machen, mein Butterbrot essen. Oh ja, du stehst ja ganz klasse da. Hupen. Ach ne, ich habe euch ja gesagt, abkürzen. Das ist Richtung Freudstraße. Brauche ich nicht abkürzen. Das ist nur, wenn ich wieder Richtung Stadtgrenze fahre. Da zeige ich euch dann auch nochmal. Hupen. Hupen. High Speed. Fahrt doch alle mal jetzt los. Ja, ich bin ziemlich ungeduldig. Auch ein ungeduldiger Realitätsfahrer. Weil es gibt manche echt, die denken, die sind alleine auf der Straße. Ich komme mir nicht zu nah. Ich ramm dich weg. Wow. Gogo Gadget. Doktor Gadget. Das ist übrigens die Serie. Früher aus den 80ern. Hier werden viele von euch... Ey, ich bin nur in den Bordstein gefahren. Ich fahre so schlecht. Dann fahr doch selber. Dann lauft doch alle. Ist mir doch egal. Ich werde euch jetzt aber erst an der Haltestelle rauslassen und nicht jetzt hier. Müsst ihr euch mal sehen. Massenvölkerung. Wanderung. 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 Jaja. So ist das. Ein achtziger United leucht man mit dem Gewö performen. Aber die Knöcheln nicht so teuer. Jetzt steigen es alle raus. Kommt sie alle ab. Haut doch alle ab... Macht ihr alle mit ou ... histólich. am arsch und nicht eine nur ganz schnuchter damals läuft eine ist aber egal jetzt weil muss man nicht erwähnen und ab geht's jetzt müssen wir hier warten gleich bis unsere ampel green wird beziehungsweise weiß nein ich rede nicht von der ampel da ich rede hier von den dingen da da die da der schlicht gleich für mich um welt hier gleich sehen und dann habe ich freie fahrt freie fahrt habe ich dann der der wieder 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 was mit völkungswahn und guck mal bleiben bei beru darf man nicht weiterlaufen und die blätter mitten auf der straße stehen kommen gibt mir jetzt mal hier jetzt kommt gleich der schräge balken komm schon gib mich gib mich frei hier so habt ihr gesehen da ist der schräge balken und jetzt geht's rum hier ein bisschen zu schnell egal da ist mir wurscht jetzt haben wir hier ein paar neue opfer sehr schön auch weiter geht's der tickets ist hin wie gesagt habe ich hier der die wird weil mir erst ein bisschen auf dem sack ging auch ständig mit der rechnerei da perfekt könnte man schon weiter vor das ist ein bus wir schwer sehen können ich habe sogar ein zaubertrick auf lager ganz toll interessant das sind keine radio weil die musiker machen hier mucke passiert nix passiert nix kann mich schon noch michael jackson hören ja früher gab es noch keine problem mit der gamer doch gibt es gibt es gibt es muss darüber ja sauber ja so kann ich wissen zwei spuren benutzen mua da ist unsere haltestelle wieder einsteigen wieder einsteigen mrs und mrs stock im arsch wir haben unsere etappenziel auch schon fast wieder erreicht das war ist noch ein paar kilometer jetzt aber soweit ist nicht mehr vorteil ist natürlich abends zu fahren beziehungsweise nachts ist nicht so voll auf der straße meine eckbank hier meine 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 sitzbank ist schon wieder am knatschen verzeiht mir diese unanglichkeitsgeräusche im hintergrund aber da muss man mit leben ich versuche die später noch ein bisschen raus zu filtern so wieder einsteigen so wieder einsteigen in dem penny express gibt gas so witz immer noch vor dem lkw raus oh ich möchte jetzt sagen es war knapp oder ein bisschen übertreiben er war noch ein bisschen weiter weg auch wenn man es jetzt ich glaube in der realität hätte ich es nicht getan nicht mit dem bus hier aber wie kann man noch gut davon schau ich noch bevor er jetzt rot wird alle einsteigen kreis wenn ihr es prügt dann geht es weiter geht so wie kann ich rüberziehen komplett stehen bleiben meine güte der ist weg gewesen danke gibt es auch noch freundliche fahrer hier hier go 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 ich wüsste was ich bleibe jetzt hier mitten auf der straße stehen mieten auf der straße warmblinker rein und raus da muhaha und weiter geht's weil es eh nix los da von ab ja schon die nächste halte stelle auf den letzten letzten etappen stück geht das dann doch schon noch fix hier also kommt wieder halt zu stellen ich glaube ich habe acht türsperre noch nicht so der t1 steht da hier der volkswagen ist natürlich hier ganz schöner technik sprung von heute bis zum t6 aber wir haben auch 1985 muss man sich noch mal vor augen halten aber die welt noch in ordnung teilweise ich finde die sound von bus ziemlich geil also kommt also ist leider finde ich ziemlich realitäts einsteigen 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 wieder die fahrt geht weiter und los geht's berlin sind wir gerade in der in der platte bausiedlung wie man unschwer erkennen kann links und rechts wie sie sehen alles noch massen abfertigungshäuser was ist das eine aral oder was ist das für eine tankstelle es so ne es so tankstelle gleich fahren wir sogar denke glaube ich noch habe ich in erinnerung an einer aral tankstelle vorbei es gibt sogar noch die bp aber die aral hat ja früher war das für die lügen 1992 93 glaube ich die dem bp konzern aufgekauft oder umgekehrt bp hat aral aufgekauft und benutzt jetzt ihren aral namen weil die aral anschein besser ankam ich persönlich tank nie bei der aral weil ich finde dass die aral immer noch ganz schön ecken teurer ist als die anderen tankstellen und selbst wenn es gut ist und wirklich bewiesen dass billig tankstellen den sprit dass der nicht schlechter ist es gibt gesetze in der in der sprit nicht minderwertiger sein darf da die motoren dann halt gut allein können und wer betrug ist genau das gleiche oktan drin wie an der aral tankstelle stellen war sonst aber jetzt haben wir immer genug schleichwerbung gemacht da wird keine einsteigen oder aussteigen komm ich überhole den jetzt komm wir hauen auf ab fahrerflucht den haben wir jetzt weg geschoben aber selber schuld warum zieht doch einfach raus sieht oder sind da so ein panzer angefangen kommen herrgott ich würde mich doch nie fragen mich mit dem bus anlegen und lkw wir sind ja nicht lebensmüde nehmen nicht suizidgefährdet ach jacky übrigens ich weiß jetzt wie das heißt was wir haben über harakiri gesprochen wenn ich sage ich mache harakiri mit einem karton oder sonst irgendwas meine ich ja damit ich mit dem verkloppen zerstückeln oder sonst was und diese selbstmordattentäter selbstmord dinger japaner das sind kamikaze gewesen kamikaze flieger genau da waren die fällten jetzt kann man so nebenbei rein also jacky mit der ich jetzt hier mal mehr let's plays macht und adventure map hast nicht gesehen und wir bauen unser reich die weiß bescheid was ich meine die weiß dass so einfach mal ohne blinker raus weil hinter mir am see gewartet weil es angeblich nicht einmal nicht vorbeikommen da wir ja hier drei spur ich habe dann kann man ja nicht auf der linke spur ziehen nachher nicht auflegen dann wird keiner ich bin eine bimmelbahn express mit busfunktion so waren blinker wir spielen mit der tür weiter geht's dd dd d 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 ach ist halt schön ruhig auf der straße nein haben unser knöchen gekriegt ich weiß nicht ob ihr das fenster sehen konntet aber ich habe jetzt ein strafe jonkricht wegen fahrer flucht oder unerlaubtes entfernen eines umfallortes weil ich wohin der mercedes gerammt habe wo er mich an unnötig genötigt ausgebremst hat finde ich so war ein blinker rein und raus mit euch danke 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 ganz strecken aus der fährt einfach durch die masse durch lebensmüde wir sind jetzt gleich am ziel freudstraße und das ist unsere enthalte stelle für jetzt diese aufnahmefolge wir planen ein community community projekt für minecraft weitere infos welt demnächst in einem trailer sehen beziehungsweise einem stinknormalen video ich nenne es jetzt auf dem trailer demonstration nicht gegen den pöller fahren ich bin gegen den pöller habe ihn leicht mitgenommen dann steigt man aus so volle zeite stelle wir fahren jetzt er kommt die pläste ach die feststellbremse war noch drin weil die hinten die tür noch geöffnet war diese automatische bremse die gab es 1984 noch nicht und ja das ist aber 82 83 84 bis jetzt 85 erst mal eingebaut wo mir jetzt enthalte denn danke fürs mitfahren so jetzt werde ich mich da hinten hinstellen damit ich den anderen bus später vorbeilassen kann wenn man den rückwärtsgang einlegen hier so ab geht's fahr ich mal in die in die neben street ja gibt das teils so eingeparkt motor aus nicht aus gut richtig stehen ja ein bisschen schief aber das ist ja vollkommen egal so wir sind jetzt enthalten stelle freud straße und ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen ein bisschen luft hier rein lassen ja vielen dank fürs zuschauen und ich hoffe wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder wenn es heißt wir spielen hier um sie bus simulator dann fahren wir von der friedrichstraße fried freud straße wo wir jetzt sind zur stadtgrenze zurück und pendeln ein bisschen rum vielen dank bis zum nächsten mal euer benny tschüss